Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4 Staffel 7. Wir sind heute zu Gast bei Kevin und Tartasa aus der sechsten Staffel. Das sind ein etwas stotternder, unsicherer junger Mann und seine außerirdische Frau mit ihrem außerirdischen Baby und ihren außerirdischen Zwillingen. Ja, ihr habt es richtig gehört. In der letzten Folge haben wir hier ein bisschen umgebaut und eingerichtet, denn ursprünglich haben Ben und Christina mal hier in dieser WG gestartet. Die haben hier gewohnt, in diesem Haus von Kevin. Kevin hat das zur Verfügung gestellt und naja, wir mussten deswegen ein kleines bisschen Zimmer umbauen, weil hier hat mal Chrissy gewohnt und hier wohnt jetzt nun die kleine Mona. Na Mona, geht's so gut, geht's so gut. Anscheinend spielt sie gerade, aber sie steht nur da und stellt sich Dinge vor. Der Weltraum oder eine Prinzessin. Mona ist gefangen zwischen, bin ich ein Mensch oder bin ich ein außerirdischer? Mensch oder außerirdischer? Ja, oh mein Gott, das wird noch ein riesen Zwiespalt in ihrem Leben. Nicht zu wissen, wohin sie gehört. Ja, schnappt ihr den Roboter. Hui. Am Ende glaubt ihr noch, sie ist ein Roboter. Mhm, alles klar. Den Babys geht's gut. Ja, die sind jetzt hier oben im Schlafzimmer. Oh, und ich muss auch mal wieder, Moment, automatische Lichter alle dafür sorgen, dass wir nicht so eine krasse Stromrechnung kriegen und die Babys in Ruhe schlafen können, weil es dann hier dunkel ist. Was ist hier dann schon wieder los? Muss pieseln. Na, dann pieseln doch. Ja, da draußen wird sich um die Katze gekümmert. Apropos um die Katze kümmern. Äh, Füllen? Nein, Füllen. Und da schreit auch schon wieder ein Baby. Äh, äh, Aufmerksamkeit. Äh, äh, beschäftige dich mit mir. Äh, äh. Äh, was macht Kevin? Ich dachte, du sollst, hast du denn jetzt, Kevin, hast du denn jetzt, ja, das hat das gefüllt. Und die Katze guckt Mona beim Kackamaren zu, schön. Wie geht's dir beruflich eigentlich voran? Pionier der neuen, äh, Pionier neuer Technologien. Aha. Ich werde jetzt auch ein bisschen frei, das ist doch schön. Denn, ähm, sagt Kevin, ist Wissenschaftler. Wahrscheinlich hat er auch deswegen Ataza über, äh, okay, überhaupt kennengelernt, wollte ich sagen. Aber das ist, ich höre nicht mal Musik. Können wir die mal ein bisschen lauter machen? Äh, Rumba-Sim tanzt alles klar. Das war's. Lautstärke ändern, hoch. Und dazu tanzt man dann so, ja? Hm, das ist mir jetzt neu, aber okay, wenn du meinst. Oh mein Gott, Mona geht allein ins Bett um 23 Uhr. Wahrscheinlich hat er sich auch gedacht, meine Eltern sind total unfähig. Ich, ich, ich leh's mich mal selber in den Schlaf, diese Lappen. Das würde ich ihr übelst zutrauen. Sie geht einfach auch pennen. Tja, Kevin, verkackt, da kommst du jetzt nicht mehr ins Bett rein, ne? Sie müsste eigentlich bis da durchrutschen. Kann man ihr das, ich glaube, das ging irgendwie, nee, nee, das ging nicht. Weil Kevin muss ja auch mal irgendwann schlafen. Siehst du, der wollte jetzt auch schlafen gehen, geht nicht. Moment, ich, ähm, ich, äh, ich guck mal, ich kann bestimmt, Sekunde. To be honest, für mich sieht das jetzt nicht so aus, als dürften diese schmalen Bereiche jetzt noch ein Problem sein. Vorhin hieß es ja noch so, ich komm ja nicht zum Baby, wenn das Bett da steht. Naja, wollen wir doch mal sehen. Wollen wir doch mal sehen. Du gehst jetzt hier schlafen und du gehst jetzt hier schlafen. Oh, der Buddy! Kevin, was passiert? Habt ihr das gesehen? Kevin, die vor die Bizeps. Übelst krass der Bro. Oh, was? Irgendwelche Familien sind umgeschoben. Okay, nobody cares. Äh, beachtet mich. Ich bin niedlich und hab mich eingekackert. Wow, alles klar. Du bist aber instant wieder happy. Oder es hat einfach nur dein Spielzeug gesehen. Ihr könnt mir sagen, was er wollt. Aber jedes Mal muss ich sagen, dass dieser satanische Elefantenanhänger an den Babykörbchen echt fucking gruselig ist. Und der da auch. Definitiv. Ich wollte gerade sagen, Kevin nutzt jetzt die kurze Pause vom Schlafen auch gleich aus, um Kacki machen zu gehen. Aber er geht runter, tanzt. Nein, geh mal Kacka machen und dann geh mal Wäsche machen. Geh mal, was ist das denn hier überhaupt? Ist die sauber trocken? Ich weiß, mitten an der Nacht, aber du kannst, ähm... Oh, da ist noch was drin? Nee, hä? Ich bin völlig überfordert. Wie, ist da noch was drin? Wäsch da noch was? Nee, tut's doch nicht. Wieso können wir nicht? Wäsche machen. Doch, da in Waschmaschine stecken. Soll doch kein Problem sein. Hier, da. Wäsche machen. In Waschmaschine stecken. Jetzt komm mal hier nicht nah und so. Okay, Mona pennt, alle pennen, Katze pennen. Kevin kümmert sich um 1.97 Uhr nachts um die Wäsche. Das ist irgendwie wie bei mir zu Hause. Außer die Alien-Babys natürlich. Wobei... Wenn ich... Was ist denn dein Problem? Was ist dein Problem, Kevin? Kevin! Boah, Kevin, du machst mich so richtig aggressiv. Guck mal, da steht sauber und trocken. Ähm... Das ist doch sauber und trocken. Das ist doch... Was ist denn das? Ich will nicht mehr... Steck das... Steck das in die Waschmaschine. Diese Kleidung ist bereits sauber. Ja, und jetzt? Und jetzt, Kevin! Oh mein Gott, ich hasse euch. Alle. Ich hasse euch ein bisschen. Einfach aus der Scheiße hier. Hier steht wieder los. Ey, dieses... Die wollen beide... Ja, die werden doch noch eine Weile Babys bleiben. Alter, ey. Eine kackt sich ein. Andere hat Hunger. Mona ist wach, weil sie auch Hunger hat. Mädchen, du bist erwachsen. Du bist erwachsen. Hier, schnapp dir selber was. Da, genau. Sie macht's schon. Guck da. Gericht nehmen. Das ist so... Das ist so ein smartes Baby. Sie ist so smart. Unsere Mona wird mal ein ganz großer Hit. Ein ganz großer Star. Schnapp sie dir alle. Setz dich hin. Wie sie auch guckt. Mama und Papa sind absolut unfähige Pastarde. Wow, Mona. Alles klar. Wo hast du dieses Wort gelernt? Von hier natürlich. Oh. Bitter guck, ich werde vor das Programm. Ist das doch jetzt auch... Wo hast du es denn jetzt hingetan? Wieso hast du es essen? Du... Oh schade. Ist gerade instant schlecht geworden. Können wir uns dann irgendwas anderes nehmen? Ey, bitte mal Kevin um Essen, ey. Kevin, du kümmerst dich jetzt... Nein, Kevin, du kümmerst... Alter, guck dich diese Body an. Kevin, ne? Kevin, Alter. Tut immer so, als wäre er so, ne? So ein... Hier, so ein Schlappi. Ist er aber gar nicht. Iss bitte nicht das vergammelte Sandwich, mein Schatz. Bitte nicht. Das ist eh... Papa! Mama! Ihr seid kacke! Sie essen jetzt voll scheiße und stinkt! Ah, mein süße kleine Baby. Man wird die gewinnt jetzt gut essen. Ich kann... Steck sie nicht ins Bett. Setz sie einfach... Tu doch irgendwas. Du bist unfähig. Geh zu Papa! Papa! Papa, ich verhungere. Das Jugendamt kommt gleich. Gib mir was zu essen oder ich... Drehe dir den Hals um. Oh, du... Willst was zu essen? Natürlich. Sekunde. Ich packe dich in deinen Stuhl und dann wird das schon. Alter, hier steht überall so vergammeltes Essen und das machen wir mal aus, ey. Sonst tanzen die wieder die ganze Zeit nur. Was gibt's zu essen? Käsekräcker. Alter, die sind so unfähig, ey. 3 und 33 für dich esse Käsekräcker. Ja, du kannst dann auch bitte mal alles hier aufräumen. Alles aufräumen, bitte. Alles muss weg. Ist hier schon wieder los? Ah, ich kann mich nicht wohlfüllen. Übrigens, da fühlt sich auch schon wieder ein Baby nicht wohl. Alter, wie oft kacken die sich dann ein? Was geht? Ah, du musst mich kümmern um Kleinen. Ich hätte nicht bewusst gedacht, dass das mit Baby so anstrengend ist. Kein Wunder, dass man bei uns in Alienwelt Babys lassen macht von Männern und lässt von denen großziehen. Ist viel einfacher. Na, du kleiner Scheißer. Wie sah sie eigentlich nochmal als Alien aus? Mach mal deine Tarnung weg. Ja, ja, Babys stinken. Ich habe irgendwie das Gefühl, ihr Vorbau ist dann ein bisschen kleiner oder wird eingequetscht. Aber das ist ihr Alien, ich. Trägt sie nur diese Outfits? Ja, sie trägt anscheinend nur die Alien-Outfits. Guck mal, das hier geht doch klar. Das kannst du doch mal machen. Ja, ne? Ja, das ist doch eine Möglichkeit. So, hier kannst du sie, wenn du da gerade stehst, wunderbar, auch wieder rauslassen. Was macht ihr da? Alter, die Folge macht mich jetzt schon wieder krank, ne? Rauslassen bitte einmal. Kein Wunder, dass ich mal eine Schleimhautentzündung habe, ey, wenn die sich jedes Mal so bescheuert benehmen. Wenn du Hunger hast, dann hol dir was zu essen. Oder mach was zu essen. Nachher fragt sie alles. Ach komm, Frühstück servieren. Das ist jetzt, die Nacht ist eh vorbei. So ist das mit Babys. Ja, für Atasa möchte ich auch noch ganz gerne eine Karriere gestalten. Beziehungsweise, es wird ja sowas wie die Stylistenkarriere ins Spiel kommen. Es gab ja jetzt einen Livestream von EA, vom Sim-Team und da haben sie das neue Gelände-Tool gezeigt. Ja, also es gibt jetzt wieder Gelände-Möglichkeiten in Sim mit dem nächsten Patch, der kommt. Und es gibt dann eine Stylistenkarriere, mit der man NPCs, also halt vom Spiel generierte Sim, umgestalten kann, wann immer man will. Ja, zerstörte Bücher ist völlig egal. Und das haben die Eltern auch verdient. Ja, und sie haben halt noch einiges anderes mit angekündigt. Ich habe dazu ein paar Tweets rausgehauen, beziehungsweise von einem meiner Lieblingszimmer-Tweets. Einfach Retweet. Das war so klar. So klar. Ich sag's noch. Es ist keine gute Idee, sie Frühstück machen zu lassen. Klar, geh mit deinem Kind noch dahin. Jetzt geh raus. Oh, ich habe auch keine Ahnung, was das soll. Ah, ich habe Hunger und vermasselt Essen. Ja, dann ersetzt das. Ersetzt das. Boden putzen. Ich will erst mal gleich zocken gehen. Ihr bestellt euch jetzt eine Pizza. Ich habe es schon also voll. Wie war denn das hier? Service engagieren. Ich will einfach eine Pizza. Das reicht jetzt. Wir sind erst mal rausgegangen. Hi, Papa, da ist der Brand wie der Bär. Nehmen wir Speckpizza. Ist mir jetzt egal. Oh, aber Kevin ist voll der Superpappe. Er lenkt sie erst mal ab und stürzt sie mit dem Kopf aufs Pflaster. Ist überhaupt nicht gefährlich oder so. Ich glaube, es ist ein Klohäuschen und davor hat irgendjemand übelst in den Laubbusch gefickt. Gepinkelt. Gepinkelt, wollte ich sagen. Das ist klar, Mann. Läuft. Ja, viel Spaß beim Spielen, ne. Lies Mona mal in den Schlaf, please. Du bist nämlich auch müde ohne Ende. Oh nein, sie ist ja traurig und sie friert halt auch. Ja, obviously, weil es ist einfach scheiße kalt. Geh schlafen jetzt. Schlafen. Seid so kacke. Ich hau euch an. Ihr setzt mich raus in der Kälte, wenn es scheiße kalt ist. Ich bin ein Kleinkind. Ich kann sterben, wenn sowas passiert. Krieg nichts zu essen. Scheiß Käsekräcker. Kann ich schlafen. Ich hasse das hier. Und fege auf einen blöden Dover. Sie ist so cute. Oh, Kevin ist sowieso so ein bisschen durch. Ja, ähm. Kevin, dann geh nochmal schlafen. Tu mir den Gefallen. Geh schlafen. Und sie kann ja, sie kann sich ja darum kümmern, hier auf die Pizza zu warten. Mach das bitte unten. Wartest du jetzt einfach unten auf die Pizza? Hier wird nicht gezockt. Du hast eine Pizza bestellt. Wo kommt die? Wie lange brauchen das bitte? Ist ja fast so lang wie unser Pizzadienst. So 3000 Jahre später. Oh, die Katze rennt herum und hat Spaß. Ich kann wohl auch übrigens Traits für Tiere erstellen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Was ist das für eine schreckliche Musik? Schlaflieder hören. Warum? Manchmal will ich einfach nicht. Ja, ich bleib da sitzen und entspann dich. Chill. Einfach schön chill. Oh mein Gott. Ja, ich bin auch traurig. Das wird schon werden. Das ist übelst schön. Das wird schon werden. Alle gut. Äh, Thermostat könnten wir auch mal auf Wärme einstellen, weil es kalt ist. Ja. Ich wäre auch mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ah, nicht schlimm mit Feuer. Ist gelöscht, Mama. Gut gelöscht Feuer, hm? Ja, gut. Dann gucke ich mir. Bilder! Cool! Also dieses Kind ist super genügsam. Ja, wie wir sehen können, ist dieser Haushalt etwas durch. Nee, du wartest auf deine Pizza. Du kochst jetzt nichts. Ich weiß noch nicht, wann der Pizzabote kommt, aber er wird irgendwann kommen. Einer der Gründe, warum, ähm, ich etwas weniger jetzt irgendwie bei Kevin oder Atasa bin, ist halt, dass es letzten Endes einfach... Immer irgendwelcher Mist passiert! Wo ist meine Pizza? Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play The Sims 4 Rant. Und es war mir eine Freude, das Baby schreit schon wieder. Macht's gut! Tschüss! Alter, dieser Haushalt, ey, mach mich fertig. Äh, äh, äh. Das ist die total tolle Autromusik. Gib doch ein Video an und lass ein Abo da dran. Das ist die total tolle Autromusik. 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 Das ist die total tolle Autromusik.